hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren pack opening mit und von salonus im games und es ist das la liga team of the season pack opening und dazu öffnen wir jetzt einige packs ich habe schon sozusagen ein video mal aufgenommen das schneide ich hier mit rein die besten packs es waren halt nicht viele deswegen packe ich die einfach zusammen die kommen jetzt und danach kommen dann also nicht wundern wenn sich das outfit und so ändert danach kommen dann jetzt die packs die ich hier habe und das sind ja ein paar kleinere packs und dazu noch ich muss einmal nachzählen 1 2 3 4 5 6 6 premium spieler setzt der la liga mal schauen wir ob wir da ein team of the season spieler von der la liga ziehen vielleicht sogar bei inform deshalb jetzt auch noch da und natürlich best der welt trotz machen wir auch noch da hoffe ich natürlich auf lociano und am ende mache ich noch mal das team of the season la liga sbc set am ende werden sogar zwei davon geben 1 habe ich ja schon im vorherigen video öffnet das werdet ihr zwischendrin sehen und am ende gibt es auch noch in diesem video sozusagen dass la liga tots spieler oder der la liga tots spieler egal genug geredet wir öffnen jetzt einfach packs und die besten seht ihr jetzt ja hier sieht es richtig nur noch sechs packs wir hatten bisher noch keinen neuen schlitz wir haben jetzt hier noch ein seltenes gold set und ein freien gold spieler set mal schauen ob wir jetzt ein bisschen mehr lack haben jawohl da ist schon mal der schlitz deutschland torwart test gegen hat er und trotz kann ja gar nicht gezogen werden aber immerhin ein schlitz haben wir schon mal und hier war so nachdem es mit dem ersten schlitz direkt geklappt hat kommt jetzt natürlich der nächste easy ist da und diesmal sogar ein walkout habe ich gehört kolumnien z um hamis rodriguez liebe freunde 86er hamis rodriguez leider kein walkout aber den 86er nehme ich auf jeden fall mit easy peasy liebe freunde endlich mal eine richtig guten spieler gezogen und brauchen wir mal Zeit hier ging ja schon gar nicht mehr klar ich will jetzt den boy wert ja 20 glaube ich glaube ja knapp unter 20 egal nehmen wir mit nehmen wir mit liebe freunde so weiter geht es jetzt mit den ganzen la liga sbc sets es gibt hier einige premium gold sets 3 4 5 5 an der zahl und 2 premium spieler sets mal schaut wie es läuft wir starten hier direkt rein und öffnen peck nummero 1 ohne schlitz natürlich wie bekannt in diesem erfolgen ihr seht die 7,5k landen die da sind leer joa peck lag war nicht da kein einziger schlitz hoffentlich jetzt in den premium spieler sets vielleicht immerhin ein schlitz leider nicht blau aber es ist jedenfalls z m von barcelona es ist paulino 83er ist stabil nehmen wir mit da sagen wir nicht nein garai 83er ist auch noch mit dabei und den nat ist ok ist ok so wie ihr gemerkt habt waren das so gut wie keine packs also pecklack war einfach überhaupt nicht am start bis auf hamis rodriguez und von daher hoffen wir dass das pecklack jetzt aufgehoben wurde für ein cr7 oder ein messi la liga team der season spieler das wäre zu geil stellt euch vor nochmal eine tonalde und der zweite tonalde es geht los komm schon team of the season brasilien linksverteidiger felipe luiz aaaa ja ja ist ok ist ok felipe luiz ist stark als linksverteidiger als sauberte werte ich weiß nicht ob ich den einbinden kann in mein team sieht er aber ganz ok aus von daher ich bin zufrieden ich bin zufrieden felipe luiz ist stark nehme ich mit für die 100k die ich investiert habe dafür sehr geil kommt jetzt der erste schlitz yes da isa der erste schlitz ist da und es ist portugal ach ja du kannst ja nicht werden aber silva 84er sehr sehr stark hier nehmen wir auf jeden fall mit hier in so ein prime elektricum spiel das jetzt war das dann noch ein 82er was käse sehr nice so freundin wie ihr sehen könnt nur noch ein pack übrig das heißt alle anderen fünf packs keinmal einen schlitz jetzt die letzte chance ey schon schnauze voll mit diesen packs kann doch nicht sein dass es nichtmals ein schlitz gibt wow ihr gönnt aber wie so ein team of the season wie toll einfach nur hier so einen komischen schlitz wie toll oder so come on nichtmals im 84er mann 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 genug müll gezogen jetzt heißt es team of the season spieler rest der welt 29-1 verliebt da sind einige nette spieler dabei und vor allem lochano und ja diesen lochano will ich unbedingt komm EA gönnt mir lochano wenn schon hier die ganzen anderen packs richtig mies war schöne blaue animation ja wuuhuuu da ihr so ha ha yes 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 geil ich konnte selber jetzt nicht glauben ich so ok mexiko mexiko war er das weiß ich noch aber dann psw war er ist wirklich psw das kann doch nicht sein ich kann doch nicht so viel luck haben EA ihr gönnt ihr mal richtig verkaufen oder behalten das ist jetzt eine frage soll man den verkaufen oder behalten also 200.000 ist schon richtig krass für ein sap ne also ich glaube ich verkaufe ihn erstmal vielleicht hole ich ihn mir irgendwann nochmal wieder zurück aber der ist ja richtig krass sehr sehr nice und das war ja noch nicht alles denn gleich kommt noch das la liga team of the season pack von der sbc mal gucken wenn wir da haben vielleicht nochmal so messi oder so also lociano ist schon mal da mal schauen was gleich noch kommt so freunde es ist soweit la liga team der season spieler es darf alles werden nur bitte kein philippe luis den haben wir ja schon gezogen habt ihr vorhin gesehen und ja nachdem wir lociano gezogen haben wie ihr an dem münzen stand sehen könnt ich habe ihn sofort verkauft ich dachte mir ja komm gehst du kein risiko ein nimmst du die kohle mit fertig aus und ja von daher wieder ein bisschen schön im plus und jetzt kommt la liga team das sie sind spieler wird es der zweite donaldo den ich in fifa 18 ziehe oder vielleicht mal messi oder wird es eine katastrophe los geht's in drei in zwei in eins come on zauber aus EA komm grad eben lociano und jetzt messi ich will messi ich hab bock auf messi komm schon argentina frankreich lv ja zwei links verteidiger zweimal atletico madrid zum glück zwei unterschiedliche spieler aber natürlich doof wenn man schon verliebt bei luis hat dann noch ein herrnandes zu ziehen ach 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 da hätte ich mich über ein paar andere spieler mehr gefreut sogar über den toni plus hätte ich mich da mehr gefreut aber ist nicht so schlimm denn wir benutzen dann den herrnandes einfach oder halt den Philippe luis ich muss noch gucken wer besser überhaupt ist weil von den werten her sieht er in dann ist auch nicht so schlecht aus vor einer der bundesliga die wahrscheinlich ja morgen das heißt jetzt als nächstes kommen wird und da wird es mit sicherheit auch diese tots sbc geben und ja dann habe ich schon mal einen spieler den ich verwerten kann und mit einem vernünftigen rating von daher wenn es euch gefallen hat wir haben lociano den king gezogen und ansonsten nicht wirklich viel pecklack gehabt aber das ist egal 220k auf meinen nacken wunderbar wir sehen uns in einem der nächsten videos bis dahin tschüss